Hallo meine lieben Freunde, heute ist Mittwoch und ich habe viele Fragen, dass ich zeige, wie ich beende meinen horizontalen Zopf, dass ich habe hier richtigen Zopf weiter, so, wo ich habe angefangen, wie ich beende das. Ich zeige weiter im Video, schauen Sie bitte Video und Sie verstehen, wie ich mache das. Und ich wünsche euch alles Gute, bleiben Sie gesund. Wir sehen uns am Samstag bei Welche Große Stricksache und bei Anleitung und Sonntag, wir sehen uns bei Beauty Minute. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Eure Strickmama. Mein Halsausschnitt fertig und ich möchte eine horizontale Zopf stricken. Und ich weiß, dass immer kommen Fragen, wie wir enden diesen Zopf. Schauen Sie, wie wir stricken. Wir stricken erste Masche, rechte Masche, dann nächste Masche, auch rechte Masche und wir kreuzen zweite mit erste. So. Und stricken nochmal diese Masche, erste, ja. Hier bleibt diese unsere erste Masche, ja. Stricken nächste, wieder kreuzen. Erste ist vorne und welche wir haben gestrickt, ist hinten. Und erste, wir stricken wieder. Diese erste Masche geht weiter und weiter und macht für uns horizontale Zopf. So. Immer wir kreuzen mit nächster Masche und stricken nochmal diese Masche. Schauen Sie, nochmal. So. Und hier, die bleibt. Das ist unsere erste Masche, welche wir haben gekreuzt mit zweiter Masche. Und wieder wir kreuzen, stricken. Nächster, stricken, kreuzen, stricken. Und wir bekommen solche horizontale Zopf. Ich stricke bis Ende diese horizontale Zopf und dann ich zeige, wie ich mache zusammen, dass diese Zopf, wie ich beende. So. Schauen Sie, ich habe hier letzte Masche, ja. Ich stricke sie, dann kreuze und stricke wieder meine. Erste Masche, welche geht von Anfang bis jetzt. Jetzt, wir müssen unsere Zopf zusammen machen. Wie das geht. So. Marke raus. Und machen wir jetzt. Schauen Sie, wir haben hier unsere erste Masche, ja. Erste Masche. Wo wir haben angefangen, äh, diese Zopf machen. So. Wir gehen runter und holen beide, beide Wände. Ziehen, durchfaden, bekommen eine Masche, ja. So, diese Masche, wir müssen durch unsere letzte Masche ziehen. Oder machen wir so einfach. Schauen Sie, das ist diese Masche, was wir haben jetzt gemacht. Und dann letzte Masche und ziehen durch. So, wir haben unsere Zopf zusammen gemacht. Schauen Sie, unser Zopf ist zusammen jetzt. Sehen Sie? So. Und das wird unsere erste Masche, welche ist von Anfang, Anfang unserer Stricksache. Hier ist Marker. So, man strickt Zopf in rund. Und noch mal erkläre. Hier, wir hatten erste Masche. Unten. Wir holen beide, beide, unsere Wände. Ziehen durch, faden, bekommen eine Masche. Und dann letzte unsere Masche. Und diese Masche, was wir haben jetzt bekommen, wir ziehen durch unsere letzte Masche. Fertig. Unser Zopf ist schon zusammen. So, meine Liebe.